Mit einem coolen Flip-Flop-Effekt und doppelten Lichtreflexen haben wir einen aufregenden Look kreiert. Wie das aussieht, zeige ich dir jetzt. Trage auf den fertig modellierten Nagel das Jolifin Lavigny Farbgel Black auf. Dieses lässt du 60 Sekunden im Jolifin Lavigny Dual UVA LED Lichthärtungsgerät Plus aushärten. Nun streichst du den Jolifin Lavigny Shellac Cat Eye Flip-Flop Pink & Blue über den Nagel. Über das feuchte Material hältst du zwei Jolifin Cat Eye Magnete. So erstellst du den doppelten Effekt gleich mit einem Handgriff. Lass danach wieder aushärten und versiegle das Design mit dem Versiegelungsgel mit UV-Schutz aus der Jolifin Lavigny Serie. Danach wird noch ein letztes Mal ausgehärtet. Entferne die Schwitzschicht zum Schluss mit dem Jolifin Lavigny Glossy Cleaner. So schnell kannst du ein aufsehenerregendes Design zaubern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald, deine Mary. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.